und leute ich animiere meine videos selber auf gotcha live ab jetzt es ist relativ anstrengend zwischen so gut und ja so an ihn zu animieren halt ich weiß es gibt zwar so andere sachen aber ich stelle euch keen maus davor habe ich das alles so animiert im mund rede zwar weiter aber ich habe so animiert halt aber das ist egal ich würde mal sagen bye bye leute